Aber das war ja jetzt auch bei dem Feature, das sie mit UFO hatte, da ist sie mir auch schon sehr, sehr positiv aufgefallen, muss ich sagen. Davor habe ich sie nicht unbedingt verfolgt. Ich habe mal ein bisschen reingehört, aber es war mir dann doch zu sehr Gesang, zu wenig Hip-Hop, so für mich, für meinen Geschmack. Aber jetzt überzeugt so auf jeden Fall. Was geht ab und herzlich willkommen zu Rap Talk. Und wir geben uns heute Blue Jeans von Celine. Ihr könnt den Abo-Button klicken. Jetzt habe ich einen Sprachfehler. Abonniert den Kanal. Abo-Schoa-Baba-Schoa-Baba-Abo. Ja, Bubble. Bubble. Nein, wir blenden jetzt nicht Bubble ein. Gott sei Dank. Nein. Ja. Wir hören jetzt den Song. Ja. Oder möchtest du irgendwas sagen noch? Lass uns den Song hören. Ja. Grüne Blüten in der Blue Jeans Lieder für die Miete Für Mama rote Rosen Wegen all den gelben Briefen Bunte Scheine in der Blue Jeans Nicht mehr in der Miese Am Auto schwarze Scheiben Kein blaues Licht im Spiegel Hook ist nice. Hook ist nice. Auf jeden Fall. Die Hook klingt wirklich nice. Sie kann ja auch singen. Sie kann ja auch singen. So, das ist halt auch so der Punkt. Generell der Flow von der Hook jetzt. Ja. Von dem Flow, den sie jetzt benutzt hat. Mit, zusammen mit der Topline zusammen. So wie die Hook konzipiert ist. Wie die aufgebaut ist. Mhm. Das ist geil. Das klingt wirklich geil. Ja. Finde ich auch. Finde ich auch. Hören wir weiter. Los geht's. Hören wir weiter. Mitte 20, eine Frau, zwei Jobs, drei kleine Kinder. Papa, meine Nummer eins. Ich weiß, du bleibst für immer. Immer wenn ich wieder Stress nach Hause brachte, meintest du. Ey, ich bin wie du. Deshalb trage ich Air Mix und Blue Jeans. Acker hat für mein Brot. Pumpe Tupac, eine Delusi. Mama ist mein Idol. Schlaf am Tag und jage im Mondlicht. Meine Träume und Cash. Die Augenringe, sie lohnen sich. Du hattest recht. Grüne Blüten in der Blue Jeans. Emotionaler Part, aber anders. Ja. Ja. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist dieser Switch im Part, dieser Flow-Switch. Generell float sie krass. Generell float sie krass. Generell, das ist halt, es ist ein Thema mit Gewicht. Ja. Das weißt du, Menschen zerbrechen so, weißt du, so auch an solchen Sachen. Ja, genau, genau. Aber sie präsentiert das, oder rappt das halt so mit so einer, keine Ahnung, weißt du, so, weiß ich nicht. Gelassenheit irgendwo auch. Und eine gewisse Attitude, so, weißt du. Genau, so eine Attitude, so von wegen, weißt du. Allein auch sowas wie von wegen Papa meine Nummer eins oder Mama meine Nummer eins, aber so von wegen Papa, die Zeit mit dem Vater, so von wegen, der sagtest du, ich bin wie du. Ja, das sind schon so, da sind auch so gute Zeilen dabei, also. Ja, Text ist halt auch nicht schlecht, ne. Muss man schon sagen. Ich hab tatsächlich mehr Sing-Sang erwartet. Also so, und nicht so stabil durchgefloat, so. Ja, genau, genau. Aber das war ja jetzt auch bei dem Feature, das sie mit UFO hatte, da ist sie mir auch schon sehr, sehr positiv aufgefallen, muss ich sagen. Ja. Davor hab ich sie nicht unbedingt verfolgt, ich hab mal ein bisschen reingehört, aber es war mir dann doch zu sehr Gesang. Mhm. Zu wenig Kip-Hop, so für mich, für meinen Geschmack. Aber jetzt überzeugt so auf jeden Fall. Mit dem Song hat sie mich jetzt auf jeden Fall überzeugt. Also sag ich, wie es ist. Ja. Klingt einfach nice. Ja. So, und deswegen würde ich sagen, wir geben uns nochmal die Hook, oder? Los geht's. Am Auto schwarze Scheiben und kein blaues Licht im Spiegel. Aber man muss sagen, so, ja, jetzt hat man schon so einen Flug von Rap gehört, ich bin gespannt. Aber was ich sagen wollte, ähm, man muss sagen, die Hook ist halt echt so, hat so ein bisschen Ohrwurmcharakter. Ja, aber voll. Ist schon nice. Bleibt im Kopf, bleibt im Kopf. Ist schon nice. Und bevor wir jetzt sie rappen hören, so wie sich das jetzt zumindest angehört hat, was haltet ihr von dem Song? Schreibt das mal unten rein, würde mich echt interessieren. So. Und dann hören wir jetzt ihren Rap-Part. So, dann wird's. Das, das, das. Da bin ich jetzt gespannt. Alles klar. Auch keine Kiddies. Doch die Gamer schickt mir ein paar Millis. Fahr mit Eheklasse durch die CD. Die Blicke unterwegs, wenn sie sehen, es ist CC. 1,04, Paderborn. Haben alles verloren, doch egal, dass sie kommen. Hast du immer gesagt, wir waren broke, du warst da. Deshalb trage ich R-Mix und Blue Jeans. Hm. Schon stabil gerappt. Stabiler Flow. Stabiler Flow. Klar, jetzt kein anspruchsvoller Text. Natürlich. So. Aber wenn du überlegst, sie ist ja primär eigentlich eine Sängerin und dann so ein Rap-Part hinzulegen, ist schon sehr stabil auf jeden Fall. Ist schon wirklich stabil. Ja, so langsam kommen halt in Deutschrap auch die ganzen Frauenstimmen werden immer größer. Finde ich nice. Bringt einen neuen Film rein. Ja, bringt Abwechslung rein, das Ganze. Ist natürlich immer so, ähm, mit viel Neuem kommt halt leider auch immer viel Müll mit. Mhm. So. Das haben wir aber generell im Deutschrap leider mittlerweile. Ähm. Und hier auf jeden Fall kein Müll. Nein. Nein, nein. Ganz weit davon entfernt. Ganz weit davon. Aber ganz weit. Ganz weit. Aber ganz weit. Aber ganz weit. So. Wollen wir weiterhören? Ja. Wir können gerne weiterhören. 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 Ja. Ja. Finde ich nice. Finde ich mal abwechslungsreich. Finde ich nice. Ja. Ja, ich muss sagen, ich finde den Song generell nice. Also, ich kann da jetzt eigentlich auch nicht viel Negatives dran finden. Muss ich ehrlich sagen. Ähm. Muss man ja auch nicht immer. Mhm. Ähm. Ist wirklich gut geworden. Ist wirklich gut geworden. Muss ich echt sagen. Ja. Das Ding. Wenn ihr mehr gute Sachen sehen wollt, dann checkt die Videos über uns. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit einem neuen Video. Wie jeden Tag. Wie jeden Tag. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Wir haben deine Meine bisognern. Wie jeden Tag. Vielen Dank.